Voll der freshe Boy hier, bis am brennen. Oh, der hat mich voll weggehauen. Herzlich willkommen, lieber Minecrafter, zurück hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute eine Runde Conquest in Minecraft. Und zwar auf den GOMHD-Servern. Ich habe mir die eben drauf gemacht, also die 1.7.2. Ich musste es ja updaten, damit ich da zocken kann auf den Servern und so. Und ja, ich bin gerade Palutens Livestream am gucken. Wollte aber jetzt mal eine Runde aufnehmen, weil ich die Runde hier echt insgeil fand. Boah, gegen die Sniper hier. Komm, komm her, wir snacken dich um. Alter, ich snack dich doch weg. Nein, jetzt brenne ich. So ein Mist. Komm, eine Granate da rein zwiebeln. Schade, dass die jetzt nicht getroffen hat. Die Gegner waren schon tot. Meine Boys haben das hier erledigt. So, seht ihr, ihr könnt nicht entkommen. Team Rot. Ihr könnt nicht entkommen. Wir müssen ein paar Flaggen sichern. Und ich sehe gerade, die Welt ist ziemlich buggy. Hier lebt gerade irgendwie gar nichts. Das müsste Conquest sein eigentlich. Soweit ich das sehe. Genau, da ist auch schon die erste Fahne. Und den snacken wir da direkt um. Hier den Boy. Nein, nicht ihn hier. Das war nur gut für mich eigentlich, dass ich jetzt näher an ihn rangekommen bin. So, ich habe jetzt hier die Musik etwas laut an. Ich gehe mal hoch zur Flagge und dann können wir das mal eben ändern. Options, Musik und Sound, Master-Volume mal etwas runterstellen. Weil ich wollte euch eigentlich eine Playlist hinterlegen. Cool, dann haben wir den direkt ungesnackt. Ich wollte euch eigentlich eine Playlist hinterlegen. Das werde ich auch tun. Deswegen mache ich die Musik einfach mal auf Off. Da finde ich das doch schon besser, wenn man hier nur Gebattlesound hat und vielleicht eine geile Playlist anstatt diese blöde Minecraft-Musik. Da hinten sind die nächsten Gegner. Schade. Sorry erstmal dafür, dass es hier so ein bisschen buggy leckt und so. Also es leckt nicht. Es ist nur am, äh, komisch am Nachladen. Uh. Er hat irgendwie so Explosives mit den Pfeilen. Der Master hier, du. Der Master hier. Und diesmal haben wir sogar ein Eisenschwert. Richtig geil. Die Schose hier. Jetzt ist mal hier. Hep. Komme ich da von hinterher? Du hast überall Pfeile im Kopf. Haben wir den nächsten ungesnackt und wir müssen den nächsten Flagge einnehmen. Welches Team sind wir? Wir sind Team Blau. Puh. Schnell ein bisschen Deckung hinter den Bäumen suchen und da oben sind aber zwei Gegner. Die kriege ich jetzt so nicht. Was ist das hier? Level Ups. Okay. So, wir werden jetzt hinterhältlich von hinten angreifen. Ist hier eigentlich nicht so geil. Aber wir müssen ja irgendwie einnehmen hier die Flangen. Ich stelle mich mal hier hinter. Hey, lasst es mal ein Teammate in Ruhe, Junge. Sei gegrüßt. Ich kann den Namen gerade nicht lesen. Sonst hätte ich dich jetzt vorgelesen. Mal direkt ausweichen hier heute. Das ist eine gute Runde, muss ich schon sagen. Wir snacken hier ziemlich viele weg. Oh, das ging aber ganz schön ab. Jetzt haben wir noch einen halben Live-Point. Wir sollten mal sprinten. Lauf! Und wo ist die nächste Flagge? Die haben wir da. Mal eben schauen, welche Flaggen wir noch nicht haben. Weil wir wollen ja auch gewinnen hier. Ah, den hat schon weggefetzt. Schade. Eine Runde Endergames würde ich auch gerne gleich mal zocken. Das machen wir direkt nach dieser Aufnahme hier. Zocken wir mal eine Runde Endergames. Und es gibt auf meinem Kanal ja auch einen Livestream. Der wird demnächst starten. Nimm das! Oh nein, es holte sich Hilfe hier. Ja, das war es dann wohl. Dann müssen wir neu spawnen. Es wird demnächst auf meinem Kanal einen Livestream geben. Den muss ich nur ein bisschen organisiert erst mal planen. Ich weiß noch nicht, wie ich euch das schreiben soll, wann der Livestream beginnt. Ich muss mir auch noch eine Facebook-Page nochmal richtig aktualisieren und eine Twitter-Page anlegen. Da könnt ihr dann immer sehen, wann ich was mache und so. Und im Moment läuft ja ein Projekt auf meinem Kanal. Und zwar ein Gewinnspiel. Ihr könnt jede Woche bei mir etwas gewinnen. Und zwar Hintergrundbilder und Kanal, YouTube-Thumb-Mails und so. Und am Ende von jedes Monat, da gibt es einmal 10 Euro zu gewinnen. Ihr müsst bei mir einfach mal auf meinem Kanal gucken. Da gibt es dann ein Minecrafter der Woche. Wir sind gerade in Woche 1, haben gerade damit angefangen. Und ich müsste eigentlich fleißig Zuschauer sammeln. Ich weiß noch nicht wie. Jetzt hat er uns weggesnackt. So eine Scheiße, jetzt habe ich mich gerade nicht konzentriert. Da weiß ich noch nicht ganz, wie ich das machen soll. Da ich ja noch sehr wenige Zuschauer auf meinem Kanal habe. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich weiterempfehlen würdet. Werden in dieses Video guckt. Schreibt einfach mal unten drunter bitte einen Kommentar da lassen, dass ihr aktiv bei mir zuschaut. Das hilft mir, dass ich ein bisschen mehr den Überblick habe. Und weiß, wer mich denn auch wirklich im Moment schaut. Komm, Phantom Boy. Phantom Mindest, oder keiner wie der heißt. Nein, er hat uns weggewecker. Und was haben wir denn überhaupt für eine Rüstung an? Mal eben schauen. Wir haben da einen ganz normalen Minecraft-Skin drauf. Stimmt ja. CD 1.7. Da habe ich das noch nicht geupdatet. So, hepp jetzt einmal hier hoch. Jetzt schmeiß ich ihm erstmal eine Granate dahin. Müssen die nächsten Flaggenpunkte einnehmen hier wieder. Hier, nimm die Granate, Kumpel. Boom, er hat voll getroffen. Hoffe ich doch. Seine hat mich aber auch voll getroffen. Jetzt bin ich doch wieder ready, dich zu betteln hier. Zack, den haben wir umgehauen. Dankeschön, Kumpel. One-Man-Army. Und ich muss hier fleißig Punkte sammeln, denn ich bin auf dem Server eigentlich sehr schlecht. Ich war auf dem Server das erste Mal heute drauf. Und ich muss sagen, die GOMA-D-Server und die Highpixel-Server haben ja so mit die meisten Leute, finde ich. Obwohl die anderen Server außer Highpixel haben heute ziemlich geleckt. Der hier nicht, den habe ich eben seit eben erst drauf. Der hat nicht geleckt. Aber die anderen Server so, ähm... Ich weiß nicht genau, welcher das jetzt war, wie der genau hieß. Irgendwas mit D. Dust Minecraft, also Dust MC. Der hat ziemlich geleckt heute. Da war ich als allererstes drauf und da konnte man keinen Schritt gehen. Heute Abend so gegen 6 Uhr. Jetzt, wie das jetzt ist, keine Ahnung. Das weiß ich gerade nicht. Boah, lauf ein, das ist ja verdammt unfair hier. Egal, den spring ich hinterher, den kriege ich noch. Obwohl, wir müssen uns mal lieber um Flangenpoints kümmern. Ich glaube, dass da unten sind unsere Punkte, also die 80 da unten. Da hinten ist noch eine Flagge, die müssen wir einnehmen. Team Rot führt, aber und zwar ganz dicke. Das schaffen wir hier nicht. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich einfach nicht. Bumm. Zack, das da reinwerfen. Klatsch. Nein, ich werde zusammengeprügelt. Knüppel, Kreis. Leute, 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 ihr müsst mir echt mal ein bisschen helfen, hier die Flaggen einzunehmen. Aber ich denke mal, die Runde geht nicht an uns. Schade eigentlich. Schade, schade, schade. So. Voller freshe Boy, ihr bist am Brennen. Oh, der hat mich voll weggehauen. Da kriege ich jetzt immer eine Granate ab. Zack, ich hoffe, das hat jemand getroffen. Das hat schon einen leichten Star-Wars-Skin. Cool, aber wir schlagen uns ganz gut eigentlich. Eigentlich, wenn wir mehr Flaggenpunkte hätten. Da hinten ist eine Flagge, die ist doch... Da ist doch keiner, oder? Die können wir jetzt erst mal saven gehen. Ich werde aber beschossen von hinten, merke ich gerade. Oh, ich kriege hier ganz schön was ab. Also, dieser Modus ist, muss ich schon sagen, echt geil ausgedacht. Oh, das schaffen wir noch nicht. Komm, schnell hinterstellen. Wenigstens die Flagge noch... Nein, ich habe ihn zurückerobert. Hier, nimm das. Nimm das, Kumpane. Mist. Aber hier hilft mir auch irgendwie keiner. Der Server, also die Lobby, nicht der Server, sondern die Lobby ist nicht so geil. Sag ich mal, los Jungs, macht mal was. Nimm mal mit einer Flagge ein hier. Ich bin hier mit der einzigste, die sich doch mal hinstellt. Glaube ich. Also, wir haben hier die vordersten Flaggen alle hier. Also, eine zumindest. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Kann ich nur empfehlen, diesen Spielmodus. Hier, Quatsch, du nimmst das nicht ein. Jetzt kommt ein Kumpel hier und hilft mir. Jetzt habe ich aber wieder jemanden am Start. Lekt mal eine Granate dahin. Bam. Vielleicht haben wir jetzt noch einen umgehauen. Uiuiui. Hier, komm her, Bogenschütze. Ich kriege dich. Und da haben wir noch einen weggesnackt. Richtig coole Runde. 110 Levelpunkte haben wir hier. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Wie gesagt, meine erste Runde hier auf der Conquest-Spielseite. Auf GOMMA HD, auf jeden Fall dem Server. Soll keine Werbung sein oder so. Ich sage nur immer die Server, damit ihr wisst, wo es denn diese Spielmodis überhaupt gibt. Hier haben wir das Pokémon direkt mal wegsnacken. Komm her, rennen wir noch nicht weg. Ach, die Runde ist jetzt zu Ende. Alles klar, dann sehen wir uns in einer weiteren Runde, wenn es wieder heißt Minecraft. Wahrscheinlich dann mal mit Endergames oder Survival Games hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch hat auch wieder diese Runde gefallen. Bitte lasst mir einen Kommentar da und gebt mir vielleicht einen Daumen, egal nach wo. Und ja, dann sehen wir uns bei weiteren Folgen hier auf meinem Kanal. Bis dahin und auf Wiedersehen.